Da kommt mein Auto! Wo? Und wo? Hier auf der Stauberhauptstraße. Hallo meine Freunde herzlich willkommen bei einer Folge Unturned und zwar spielen wir Unturned Survival Games so wie in Minecraft. Mit Daraus und Basti zockt. Eine Runde ist schon im Gange. Das heißt, dass die im Gange ist. Im Gange, genau. Es leben noch zwei, die müssen sich jetzt irgendwie töten. Ich mach mal hier mal ein bisschen Sound runter. Und ja, es geht eigentlich wie bei Minecraft Survival Games drum, der letzte Überlebende zu sein. Wir sind hier erstmal im Starthaus. Na gut, auf der Map befinden sich viele Waffen. Und da müssen wir eine mal kriegen. Waffen aufsammeln, Leute töten. Easy peasy. Die Fall vom Himmel gleich, ne? Ja. 4, 3, 2, 1. Let's go, get ready. To ramble. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Gefängnisinsel, da bin ich auch. Gefängnisinsel, ich komm. Sofort drauf, ich seh euch. Sofort dahin. Das Ding ist halt, da ist hinten eine Waffe. Und wer die zuerst bekommt, rippt ja alle kaputt. Ja, aber wir sind doch tief. Ist da noch eine? Ja, oben. Gibt's in den Türen was? Nein, nein, nein. Komm ins Gefängnishaus hier rein. Okay. Wir treffen uns jetzt. Wir machen jetzt easy peasy getrackt action. So. Ich steck hier kurz die Lage. Da ist extrem verzorgt. Hi. Okay, ich hab hier ein Medikit. Ich sag mir grad alles ein, was es dir gibt, ne? Erstmal. Ich hab Heilungssachen. Okay, okay, okay. Wo sind hier Sachen? In den Türen? Du musst, du musst auch, äh... In den Türen war ich noch nie. In den Türen war ich noch nie. Muss mal gucken. Ich hab ne Handgranate. Aua. Okay, man kann nirgends runterfallen, ne? Hörst du mit Granaten? Doch, da kriegst du Fallschaden. Hab ich grad nicht bekommen, egal. Was ist mit Granaten? Äh, weiß ich nicht, ob die funktionieren. Und, äh, damit kannst du auch Team-Mails finden. Damit kannst du auch Team-Mails finden. Hier ist ein Rucksack. Bei mir. Ich komm. Für jemanden. Okay, okay, okay. Ich brauch ne Waffe. David, ist hier irgendwo ne Waffe? Da ist einer, da ist einer. Aufpassen. Oh, da ist einer tatsächlich, ja. Okay, hier ist ein Rucksack. Nehme ich mit. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich brauch ne Waffe. Ab ihn. Auf der anderen Seite sind wir schon am Schießen. Bist du? Fuck, warst du oben schon? Ist da irgendwo ne Waffe? Ne, ist keine Waffe. Hier liegt Halo-Side. Ich hab ne Granate. Wir müssen in die Stadt drüber, Leute. Und ihr habt keine Waffen. Chill mal, ich geh jetzt. Ja, gut. Höher geht nicht. Hier ist echt nur eine Waffe drin, das geht doch gar nicht. Ne, ich hab noch eine. Ich kann eine droppen, die hat fünf Schüsse. Gib her. Ich hab die Granate. Ja, ich hab sie hier gedroppt. Hier. Dann Niby, an mir. Boa ich kann nicht mehr rennen alter. Wo ist die DiGID her? Radadadadadadadad okay cool. Gehen wir zum Hafen. Ja, lassen wir. Im Umschiff gibt's auch noch Waffen zwei Stück, wenn die nicht schon genommen worden sind. Ach du Kacke das ist ja possessiv irgendwie, ja wenn man nicht sterben müssen schon mal gucken wo der Kreiskaschen geht. Ok, der geht runter, der wird unten bei Alberton sein oder der wird Hollmanns Einzel sein, der wird diese Insel sein mit dem Bunker Ok Rechte Seite hoch, rechte Seite hoch, dann könnt ihr ein Schiff, von der rechten Seite hochs kann man ein Schiff Und schwimmt am besten ein bisschen unter Wasser, sonst seid ihr gleich weg, wenn ihr Pech habt Ja, Atmung hat man ja genug Dumm 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 Da kann man ne Dinge hoch, ne Treppe Jaja, aber die anderen Maps sind Ebola Warum? Weil das nicht die größte ist Auf der anderen, da spawnst du und kannst in einer Sekunde schon tot sein Aber die Runden sind lustiger Geht mal aufs Schiff, geht aufs Schiff, geht aufs Schiff So, bin im Schiff Hier, warte, warte, hier ist denn was? Hier ist ein Rucksack, hier ist mein Rucksack Hier oben sind Waffen Wo ist der Rucksack? Hier ist ne MG Und da ist hier noch was Das Dom nehm ich mir Ja, ich nehm die MG Hä? Wer hat jetzt? Jetzt hat... Ah ne, ich hab die Waffe Wo ist der Rucksack? Wo ist der Rucksack? Unten? Komm hier hin? Hier Hä, kann ich die MG nicht? Ah ne Dragon Fang Ich hab sogar nen geilen Skin dafür Cool Ist hier noch irgendwo was? Wo rum? Ja in der Stadt Ja jetzt müssen wir aufpassen Wir müssen jetzt auf die Stadt Und dann den Kreuz Komm wir gehen jetzt Ok Da rennen halt viele Leute hin Ja ok 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 Oh Gott ist das spannend Man kann die Container aufmachen oder nicht? Ja Da ist nix drinne Ok Ok David renne ich so weit weg Der fährt hier Der fährt hier Der fährt hier Der fährt hier noch Ja ich auch Nimm ich alles mit Ok So wieder hier Adrenalin Ok ok Hast du den getötet? Nein Hier sind noch Waffen Oh den nehme ich mal mit Was ist das da? Dragon Fang Box Oh die Dragon Fang Box brauch ich Die Dragon Fang hab ich Weil der einen Dragonfinger hat. Achso, okay. Ähm... Hier. Danke. Ich hab da noch ne Waffe hingedroppt, die brauch ich nicht. Wir müssen halt gucken wegen der Border, ne? Die wird immer kleiner. Ja, ja, tschüss. Wir sind bald schon am Rand. Ja, hier, wir müssen in die Richtung kommen. Über den Berg. Okay. Warum? Ja, weil wir da hinten hin müssen. 11 Stück sind noch am Leben. Da kommt ein Auto! Wo? Von wo? Hier auf der Stauberhauptstraße. Oha. Alter. Ja, er tut nice. Der wird sicher. Sauber. So, können wir da zu dritt rein? Das ist halb kaputt, damit fahren wir auch nicht. Weil ihr seht doch, Auto sieht man extrem schnell. Warte, ich fahr mal eben. Fahr's mal kurz weg, weil da liegt das Zeug rum. Oha, oha. Okay, was hat der so? Boah, der hat ne Sniper. Was für ne Sniper hat der? Warte. Oder? Ne, das war nur ne Sniper, tu es mit. Ja! Geht von der Fahrbahn weg! Okay, tot. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Alter, was geht hier ab, Mann? Der hat gar nichts, außer dem Backpack. Ne. Ah, ne, hier liegen die Sachen. Alter. Der hat nen richtig krassen Scope. Gebt euch das. Gebt mir den Timberwolf. Dafür hab ich nen Scope und, äh, Dings. Drop die Timberwolf bitte. Ich hab auch nen Scope. Ja, aber drop mir die bitte. Warum? Ich hab dafür ganz viele Mags. Das ist meine Lieblingswaffe. Der hab ich jetzt nen Timberwolf gemacht. Nö, geb ich den hin. Hast du, das ist ne Sniper, da brauchst du nen richtiges Scope für. Da kommt die Border hin. Ja, ich hab noch eins. Dafür noch ein Mags. Gehen die Border? Könnt du, ja die Border kommt so langsam. Ich hab nen richtigen Kartenscope drin, Alter. Ja, ich hab auch so nen Scope. Aber, ich hab auch viele Mags dafür, Basti. Das ist schön für dich. Ich hab mich letztens alle getötet. Das ist einfach typisch, David. Da willst du nicht alles unter den Nagel reißen. Ja, weil ich damit alles rasiere, holy shit. Ey, chillt mal. Ich muss mir noch hier einen Muni mitnehmen und so nen Kack. Äh, Alex stirbt euch. Die Border hält keinen Schlag, Alex. Ach, halt dein Maul. Oh, komm. Max. Ja, what the fuck. Weißt du, wie lange ich brauche, bis ich mir das irgendwann gemerkt hab? Ey, warte mal auf mich jetzt. Boah, was ist das da hinten? Abgefackeltes Auto. Darauf hab ich geschossen wie ein Aura. Ey, was passiert, wenn wir drei noch leben? Dann haben wir drei gewonnen. Echt? Ey? Ja. Ey, warte mal, ich kann nicht mehr rennen. Was passiert, wenn wir gewinnen? Dann haben wir gewonnen. Ey, net. Wir müssen uns selber noch tot schießen. Nein, müssen wir nicht. Ich spiel auch immer mit Nico im Team. Auto. Ist ja voll easy. Ja, wir müssen da jetzt rüberschwimmen. Warum? Weil da die Border endet. Hä? Oder? Ach so. Wie? 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 Wir müssen zur Farm. Geradeaus weiter. Ja gut. Geradeaus zur Farm. Gerade die Straße weiter. leben noch sieben stück weil ich nicht schwer muss man sagen ja glaubt mir das ist schwer wir haben glück gehabt übel warte mal kurz ich skill eben machen kann skill drei leute getötet hat ja drei leute getötet habe ich hab einfach die übelst krasse sniper alter wir laufen gerade richtig scheiß was hast du für eine waffe wie heißt die aber ich habe einen scope drin ja ich habe auch ein harter scope dran achter scope wir müssen mal wieder dc spielen ey basti renn mal nicht so weit vor wir müssen uns ein bisschen aufteilen da vorne steht ein leeres auto ich den spieler auf dem berg hinten drauf der bezahn kann nur basti schießen wo ist er auf dem berg auf dem berg da geradeaus er läuft da rum die in eurer jetzt sehe ich ihn auch nicht mehr warte ich sehe ihn nicht ah da da ah ne das ist max kommt her bleibt zusammen er hat mich nicht mal getroffen alter ja trotzdem hat er auf sich geschossen der hat ne shadow stalker ah da ist einer drin fuck oh 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 in dem ding drin oh gott sei dank man ich hatte nichts mehr die haben gewonnen wir haben gewonnen ja mann nice nice ich hab'n kill geschafft hier hört mal die waffen schnell bevor die oh mein gott gerade den schuss zeigen ok gg wir haben gewonnen gg gewonnen erste runde gewonnen nice